Es ist das letzte Rennen, also was sollen wir uns da noch aufregen? Ich bitte Sie noch um Aufklärung. Werden Ihre Autos jetzt in wenigen Minuten vom Startkritt starten oder aus der Boxengasse? Nein, man lässt uns ja diesen Flügel nicht wechseln. Das heißt, wenn wir mit diesem Flügel starten aus der letzten Startreihe, wäre das illegal. So, jetzt müssen wir den Flügel wechseln. Das heißt, wir müssen aus der Boxengasse starten. Und damit das Ganze noch dramatischer wird, haben wir heute Vormittag bei Sebastian einen deutlichen Druckverlust im Motorbereich festgestellt. Das heißt, wir mussten auch noch den Motor wechseln. Also da kommt halt alles zusammen.